Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute machen wir mal was ganz Basic-mäßiges wieder, also auch ein Basic-Tutorial für den Chairspin. Und zwar kann man den Chairspin mit verschiedenen Griffen machen und an der Static und an der Spinning und ich zeige euch so ein paar Variationen, damit es nicht nur ein 10-Sekunden-Video wird. Also, als erstes einmal, ich mache euch einmal kurz den klassischen Chairspin an der Spinning-Core vor und dann erkläre ich euch alles Step-by-Step. Und noch die anderen Variationen. So, also das war jetzt ein klassischer Basic-Grip, der klassische Chairspin an der Spinning-Core. Und zwar nehme ich dafür den inneren Arm nach oben, Schulter bleibt unten. Ganz wichtig ist, die Schulter aktiv nach unten drücken. Dann kommt der äußere Arm ungefähr so auf Achsel, Oberarmhöhe. Und jetzt ist es ganz wichtig, ich starte immer sehr gerne auf Zehenspitzen. Greife schön hoch, damit ich wirklich aus der Schulter mich runterziehen kann, dass ich die Kraft wirklich auch auf meine Schulter übertrage und nicht mit meinem Bizeps alles halten muss. Das machen ganz oft Anfänger, dass sie dann irgendwie sich wundern, warum sie sich nicht halten können, weil sie sich so drehen. Aber das benötigt viel mehr Kraft, als wenn wir aus der kompletten Kraft hier arbeiten. Also, Schulter tief. Dann macht mein inneres Bein ein bisschen Abstand zur Stange. Macht ein bisschen Abstand zur Stange, ey Bruder! Mein inneres Bein geht mit ein bisschen Abstand zur Stange. Mein äußeres Bein, das ist ganz, ganz wichtig jetzt, und über außen den Schwung. Wir machen nicht mit dem Bein so nach vorne, weil dann haben wir die Balance verloren. Und dann knallen wir irgendwie in die Stange oder unsere Hüfte verschiebt sich in die falsche Richtung. Wir können nicht schön drehen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir über außen Schwung holen und uns nicht das Bein vornehmen, sondern uns vorfallen lassen. Und dann erst, wenn wir in der Drehung sind, die Knie hochziehen. Eine Sache noch, bevor ich es nochmal zeige. Wenn wir die Knie hochziehen, dann passiert das so, dass wir hier stabil bleiben. Das heißt, unsere Knie gehen im Grunde nur hoch, während der ganze Rest vom Körper stabil bleibt. Also, ich zeige es noch einmal. Oder einmal nach außen Schwung. Lasse mich nach vorne gleiten. Drehe und ziehe jetzt die Knie hoch. Und jetzt muss ich wirklich versuchen, hier aktiv runter zu ziehen, hier gerade zu bleiben und dass sich die Hüfte quasi immer der gleiche Abstand zur Stange hat. Man kann es auch erst einmal so üben, wenn man möchte. So, die Hüfte schön dran drücken und mit dem anderen so ein bisschen abstoßen und hochziehen. Ich finde, um das Gefühl erstmal zu kriegen, das ist vielleicht nicht schlecht an sich, finde ich es aber besser, wenn man es direkt mit Beinen raus macht. Weil man dann einfach, finde ich auch wenig, also durch diese physikalischen Kräfte, wenn der Körper weiter weg von der Stange ist, haben wir auch weniger Gewicht, was wir tragen müssen mit unseren Händen, mit unserer Schulter, wie auch immer. Deswegen, zum Gefühl könnt ihr es gerne erstmal machen, dass ihr wisst auch, wie die Beine nach oben sollen. Aber ich würde einmal schön über Außenschwung holen und dann die Beine nach oben ziehen. Jetzt kann man auf der Spinning diese Drehung auch mit dem Open Grip machen. Wenn man vielleicht sogar schon ein bisschen weiter als Open Grip ist, ein bisschen schwieriger als Basic Grip, weil es auch für das Handgelenk anstrengender ist. Das heißt, nochmal ganz kurze Wiederholung zum Open Grip. Immer dran lenken, Zeigefinger raus und nicht komplett in die Überstreckung gehen, sondern leicht das Gelenk gebeugt lassen. Und dann kann man nämlich auch gucken, dass man gleiches Prozedere mit dem Schwung holen, also komplett gleich. Wir holen Schwung über Außen und ziehen dann die Beine einmal nach oben. Das kann man jetzt eben auch noch machen. Genau, also an das Spinning kann man bestimmt auch noch in anderen Griffen machen. Ich glaube, man kann das zum Beispiel auch noch mit dem Unterarm, mit dem Vorarm Grip, könnte man auch noch in den Chair gehen. Schwung holen ist immer gleich, immer nach Außen und dann erst Knie hochziehen und in den Chairspin gehen. Jetzt hatten wir gerade schon drei Griffe bei der Spinning Pole. Man kann den Chairspin auch an das Static Pole machen. Das ist eine ganz gute Variante, um Griffkraft an das Static zu üben. Das kann man auch mit Beginnern machen oder ihr könnt es auch als Beginner machen. Das ist kein Problem, weil es kann ja nichts passieren, außer dass ihr abrutschen und auf euren Füßen landet. Deswegen testet das gerne mal aus. Ich finde das ganz cool. Und man kann auch erstmal noch so eine Hilfshand dazunehmen, mit der am besten aber nicht greifen, sondern die eher nutzen, um die Hüfte wegzudrücken vom Körper. Ich zeige es einmal. Gleiches Ding, schön nach außen, vielleicht sogar noch mehr als bei der Spinning. Noch mehr nach außen lehnen. Schwung nach außen nehmen und dann die Knie nach oben. Und dann könnt ihr euch auch langsam runterrutschen lassen, wenn ihr möchtet. Oder wie gesagt, Hilfshand zum Wegdrücken dazunehmen erstmal, wenn ihr euch noch nicht zutraut an einer Hand zu halten. Schwung holen und während ihr nach vorne geht, geht auch die Hand hin. Vor und Hand geht ran und ich drücke mich einmal weg. So, soviel zum Chairspin. Also wie gesagt, ganz wichtig. Nach außen Schwung holen, das Bein nicht nach vorne ziehen, sondern den ganzen Körper nach vorne fallen lassen. Trust yourself. Ist ja nicht so, als würden wir jetzt einen Flip machen und ich sage einfach mal, macht mal. Sondern ihr könnt euch schon vertrauen. Ich meine, wenn ihr jetzt keinen Halt habt, ja gut, dann fallt ihr halt auf die Füße. Das passiert in der Regel nichts. Also never say never. Nicht, dass ich jetzt verantwortlich bin, wenn doch was passiert. Genau. Wie gesagt, daran denken. Schön nach außen Schwung holen. Und dann nach vorne und dann erst die Knie nach oben ziehen. Und hier schön stabil bleiben. Aus der Schulterkraft rausholen. Und dann habt ihr einen schönen Chairspin. Genau. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aufgemuntert mit meiner knalligen, orangenen Farbe heute. Genau. Lasst mir doch gerne auch ein Like da. Und falls noch nicht geschehen, gerne auf Abonnieren klicken. Wir machen hier verschiedene Dinge. Wir machen Basics, Tricks. Wir machen Kombos. Wir machen was für verschiedene Level. Für Beginner, Intermediate, Advanced. Also, oder auch mal Tippvideos. Also es ist für alles, für jeden und jede sollte was dabei sein. Und deswegen auf jeden Fall abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und bis jetzt nächste Woche. Ich würde mich einfach sagen, bitte so weit exploren. Nee, wir machen mal våra Sprich, alleportação, alle Körper, allenot changes und einfach mal 4. Donc in Zukunft die Produkte. Es wird einfach um 4 Minuten misolgen. Miatra. Man weiß uns das so weit. Vielen Dank.